Es war einer dieser Tage, wo ich ganz debil den neuesten viralen YouTube-Scheiß durchsuchte, als... Willkommen auf meinem Spielplatz, fest ist an der Zeit, bist du aus Hypergames und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlespiel, ich kenne keinen an, denn derjenige noch die Kraft er spielt. Also los, die haben, gebt die Daumen, ihr könnt euren Augen kauen, dieser... Hallo? Hey, na? Du suchst einen Spielekanal, denn nur das Neueste und Beste mit geiler Quali-Let's-Playt. Eine vernünftige Position zu finden. Willst du nicht so viele Reflektionen stattfinden? Ja, ich glaube, so geht das. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Runde Let's-Play Pokémon Gelbe Edition als Retro-Let's-Play heute. Und das haben wir uns schon gesehen. Wer sind sie? Du suchst einen Spielekanal, der ruhig und sachlich bleibt. Ich meine, guck's dir mal an, wie viele Hitmark ich kann mit dem fucking Kopf treffen und ich gebe einfach mal 13 Hitmark oder sowas ab. Und dann hat er verfackte Huren, so noch 51% Leben. Hört man ernsthaft, wer sind sie? Du suchst einen Spielekanal, der dir wertvolle Tipps bei Spielen gibt. Ich glaube, er sieht mich wirklich. Nein, ich kann nicht. Aha. Nein! Mach doch nicht so eine Scheiße! Geh weg, du Appel! Verpiss dich! Keiner mag dich! Nein! Woher haben sie diese Nummer? Du suchst einen Spielekanal, der immer bei der Sache ist und weiß, wovon er redet. Ich gucke das in die Videobeschreibung, obwohl es wahrscheinlich keine Sorge interessiert, dass wir da sind. Wir machen es trotzdem! Ja, vielleicht werden wir ja mit dem Video so guter, dass uns auch immer ganz viele Fan-Girls hier haben. Ja, auf jeden Fall Fan- Alter! Was? Was will ich denn mit Fan-Girls? Ich will knallharte Jungs, die mit mir übers Spielen arbeiten. Oder auch Mädchen, die knallharten, die mit mir übers Spielen arbeiten. Ne, ernsthaft. Das würdest du mir jetzt unbedingt klären gerade. Ja, dann frag ich mich, was du hier eigentlich willst. Oh, nicht hier. Wann anders machen sie in meinem Haus! Schnauze! Dieser Kanal bietet Dummheit. Nein! 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 Richtig! Unproduktivität! So, weiter rüllen, jetzt erst nach außen gehen, danach, eins rüllen, zwei nach da runter gehen, dann wieder hoch, dann zwei aufs Knopf. Bisse! Okay. Etwas Scham. Darauf habe ich so lang gewartet. Mein Job war es, dich zu schützen. Wir sollten aufeinander aufpassen. Und ein Mühe-Humor. Bisschen schwierig zu merken, aber wir werden unser Bestes tun. Oh, hier gleich ein Hügel, diese Irren. Wie kann man denn da einen Hügel einbauen? Du musst das nicht machen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin das Geile und ich heiße jeden Chico und jede Chica herzlich willkommen auf diesem Spielplatz. Fühl dich frei in deinen Verhaltensstörungen und lass ihn unten in den Kommentaren freilaufen. Jeder kann sich mitbeteiligen. Jeder kann mitentscheiden. Und jeder kann seine Wünsche äußern. Dieser Kanal ist dafür da, um euch das Spiel näher zu bringen. Und um zu zeigen, dass Spiele mehr sind, als ein blödes Buttonsmanschen oder dummes Rumgeballer. In dem Sinne, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao. Auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt. Du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alphatier. Amen.